Das ist ja hier der Rollstuhl-Greentisch, ja? Aber ich habe ja immer noch das erste Wortmann. Aber das Schönste ist, dass heute die Speckbots da sind, dass Andy Gertz da ist und dass sie alle mitmachen. Und für alle, die Rage Against the Machine noch nie gehört haben, die lernen jetzt kennen. Wir machen jetzt Killing in the Nemo. Inale! 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 Könnt ihr mich verstehen? Könnt ihr mich hören? Ja! Könnt ihr mich wirklich hören? Ja! Ja! Ich kann euch aber nicht hören! Ja! Könnt ihr mich hören? Ja! Du bist ein Profi! Ja! No! Ja! 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 Und da! Killing in the Naples 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 Damit ich nicht untergehe, dieser Altriebe, die Strecke hin, wann werden die Strecke wieder weh? Oh, ich hab so in den Grund, ich verliebe den Verdammt. Ich will wieder an den Ort in den Grund, in den Grund, in den Grund, in den Grund, in den Verwandt. Es ist zwar etwas teurer, doch ist man unter sich, und ich weiß, jeder zweite ist, glaube ich. Ich will wieder an den Grund, in 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 den Grund, Vielen Dank.